Die Komposttone ist ein Behälter, der speziell für die Kompostierung von organischen Abfällen entwickelt wurde. In dieser Tonne können Küchenabfälle wie Gemüse und Obstreste, Kaffeesatz und Gartenabfälle gesammelt werden. Die Kompostierung ist ein wichtiger Prozess, um aus organischen Abfällen wertvollen Kompost zu erzeugen, der als natürlicher Dünger für Pflanzen genutzt werden kann. Durch die Verwendung einer Komposttone trägt man aktiv zur Reduzierung von Mülldeponien bei und fördert eine nachhaltige Abfallwirtschaft. Der entstehende Kompost verbessert nicht nur die Bodenqualität, sondern verringert auch die Notwendigkeit von chemischen Düngemitteln. Somit spielt die Komposttone eine entscheidende Rolle im Umweltschutz und der Förderung einer nachhaltigen Lebensweise. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Komposttone. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Mauter rotierender 2-Zellen-Komposter. Kein manuelles Lüften und Umrühren des Komposts mehr erforderlich, einfach die Kurbel drehen und Ihrem Kompostsauerstoff zuführen. Anti-Nagetier und Anti-Geruchsfunktion Zwei Kammern ermöglichen kontinuierliche Kompostierung. Sobald die erste Kammer voll ist, beginnen Sie mit der Befüllung der zweiten. Wenn die zweite Kammer voll ist, ist die erste bereit zur Entleerung und der Zyklus wiederholt sich. Durch regelmäßiges Umrühren des Komposters erfolgt der Abbau von Abfällen viel schneller und unter den richtigen Temperaturbedingungen kann dies bereits in zwei Wochen erfolgen. Der hochwertige Komposter besteht aus hochdichtem UV-Schutzkunststoff, einer verstärkten Metallrohrstruktur und einer Zinkpulverbeschichtung zum Schutz vor Korrosion und Rost. Mehrere verstellbare Belüftungsschlitze fördern die Aerobe-Zersetzung. Die große Öffnung mit Schiebetüren erleichtert das Hinzufügen von Abfällen und das Sammeln von Kompost. Hier ist der Punkt Nummer 4, TTL Garden 120 L Stand-Up Komposter. Dank des Stand-Up-Designs kann dieser Schnellkomposter in wenigen Sekunden und ohne Montage aufgebaut werden. Er verwandelt Küchen- und Gartenabfälle mühelos in wertvollen Kompost und eignet sich perfekt für Balkon, Terrasse und natürlich auch im Garten. Der 120 Liter Komposter hat eine Höhe von 80 cm und einen Durchmesser von 45 cm. Er kann als eigenständiger Komposter, als Ergänzung zu einem größeren Kompost- oder als Balkonkomposter bei begrenztem Platz genutzt werden. Mit diesem Kompostsack aus umweltfreundlichem und besonders robustem 220 gm²-Polyestergewebe können Sie auf einfache Weise Pflanzenabfälle aus Garten und Küche in natürlichen Kompostdünger umwandeln. Das Material ist geruchsdicht, standsicher, wasserdicht, reißfest und besonders UV-beständig. Die bequeme Befüllung von oben erfolgt über einen Deckel mit Reißverschluss. Die Entnahme des Komposts ist einfach durch ein großes Fenster mit Klettverschluss möglich. Zudem ermöglichen drei Öffnungen im Boden eine effektive Flüssigkeitsregulierung. So schaffen Sie kinderleicht und ohne Zusammenbau Ihr eigenes kleines Ökosystem Kompost selbst auf kleinstem Raum. Der Punkt Nummer 3 – Schauer-Gartenkomposter 300 Liter Der Komposter ist äußerst geräumig und bietet Platz für bis zu 300 Liter Gartenabfälle alle Artikel. Das robuste Material aus PP-Kunststoff ist wetterfest, UV-Lichtbeständig und schmutzabweisend. Zudem ist der Komposter leicht zu reinigen. Dank des praktischen Stecksystems lässt sich der Komposter ohne großen Aufwand schnell aufbauen, ohne dass zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Mit diesem Gartenkomposter können Sie Ihren eigenen Biodünger aus Küchen- und Gartenabfällen herstellen und somit einen modernen Beitrag zum nachhaltigen Recycling leisten. Sie sparen dabei bares Geld, das Sie sonst für die Biomülltonne ausgeben müssten. Der Komposter verfügt über einen windsicheren Deckel sowie zwei Klappen an der Vorderseite, was ein einfaches Befüllen mit Abfällen und das Entnehmen der frischen Komposterde ermöglicht. Zudem ist er ohne Bodenplatte konzipiert, um eine beschleunigte Verrottung zu gewährleisten. Nummer 2 in unserer Liste – hochwertiger Thermokomposter Dank der robusten Bauweise und dem wetterbeständigen sowie UV-beständigen Kunststoff ist der Komposter besonders langlebig. Das Isiloc-System ermöglicht eine werkzeuglose Montage und die ausführliche Montageanleitung gewährleistet einen Aufbau in weniger als 10 Minuten. Das spezielle Belüftungssystem des Thermokomposters fördert und beschleunigt den Kompostierungsprozess. Der Deckel lässt sich durch das Stop-Lock-System sicher verschließen, was den Komposter optimal vor Wind schützt und den Deckel festigt. Die Nummer 1 in unserer Liste – Däuber-Komposter Mit dem Schnellkomposter von Däuber kannst du im Garten deine eigene humusreiche Erde herstellen. Er erleichtert die Gartenarbeit und spart Geld für die Biotone sowie Düngemittel. Dank seiner speziellen Bauweise und dunklen Farbe erzeugt er höhere Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Kompostern. Die Wärme- und Belüftungsschlitze fördern eine zügige bakterielle Zersetzung und führen zu besseren Ergebnissen. Der Schnellkomposter lässt sich durch sein Stecksystem ohne zusätzliches Werkzeug problemlos aufbauen. Das benötigte Montagematerial befindet sich im Inneren des Deckels. Durch die offene Zwischenwand bietet er ein Fassungsvermögen von 800 Litern. Da der Kompost da von oben befüllt wird, ermöglicht die bodennahe Entnahmeklappe das Entnehmen bereits fertigen Komposts, auch wenn der Rest noch nicht vollständig verrottet ist. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Kompost-Tunnel unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.